Komm, ich glaub die tun weh. Ja, jetzt. Die mit komischerweise immer auf mir landen. Oder wo ich gerade eben stand. Beifußgebäude. Ganz klar. Komm, 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 komm. Jetzt muss ich erstmal hier alle fressen. Ja, dann kommt ich auf der Alarm. Ja, der läuft aber. Sehr gut. Ich kann mich jetzt eigentlich schon gleich mal ganz schnell. So, noch mit dir. Oh, das ist so makaber. Komm, 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 komm. Ach, ich bin doch der Gute voll. Aber ich bin doch nichts Böses. Jetzt muss ich nur noch am Fressen. Böse, komm, komm, komm. Oh, du, ich bin doch noch so was. Ach, es ist Ordnung, du. Scheiße. Das ist fast so ein... Böse, ich muss es jetzt der Zeit nicht schaffen. Komm. Böse, ich muss ich nur noch mal für dich, Mann. Dann bleiben wir jetzt das Breachchen. Ja, ich muss nur noch mal für dich. Komm, komm, komm. Aber er grenzt. I am pleased with your offering. Läuft Rotz aus der Nase. Komm ich sogar mit dem Punkt. Ich könnte jetzt was Größeres sagen, aber das mache ich wirklich nicht. Ich sage es dir, Spiel das auch nicht. Ja, okay, geht klar. Und auch warum ich es nicht sage. Das wird schon seinen Grund haben. Na, was für das Geld? Oh, Mann. Oh, ein Leben. Das ist doch ein großes Geld, oder? Na ja, auf jeden Fall ist er hinten ein Leben. Somebody get me! Oh, ja. Oh, ein weiser Typ. Komm mal, Mann. Cool. Ich werde das Goldkarte haben, bevor ich es weiß. So. Komm, das ist ein Glück, wenn du. Und volle Energie. Weißt du, was wir jetzt machen? Du wirst es gleich viel Zeit. Ja. Wir beginnen jetzt mit dem Lichtrand. Hier, mein Tudor Domi. Ich muss mal die Nasenblöcher. Da, wo der Rotz rauskommt. Ups. Ich hätte schwören können, wir sind da. Ich sehe da jetzt nichts Besonderes. Genau. Pfeffer? Richtig. Ich weiß nicht. Pfeffer schafft es sogar einen hohen Steinstart zum Misen zu bringen. Ich glaube, das ist ein richtig besorgen. Ja, sorry. Ja, lieber Daniel. Da hören wir dann glaube ich auch auf bis zum ersten Mal. Ja. Lichter geschlossen. Das Spiel wird immer ekliger. Ah, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Endgegner eigentlich schon fast. Findest du das prickelhaft? Ich findest es nicht wirklich prickelnd in einem Rotzklumpen da rumzurennen. Jetzt musst du nämlich Wetter entfahren. Das wird lustig. See now. Ja, das kann ich zu tun. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen müssen oder später erst. Ach ja, genau. Wir haben jetzt einen Anzug quasi und haben Dresscode. So, jetzt gehen wir mal zur zweiten Neife und dann... Hör mal, Rieeeet! Ja, ja, ja. Wo diese kleinen Tricks so ganz am Rand laufen. Das hat ja bei den Steinen auch geklappt. Ja, eben. So. Jetzt haben wir noch eine gute fünf Parts. Das ist wieder richtig schön. Oh yeah. So, dann laufen wir mal noch vor zur Taverne. Ja. Das ist ganz komfort, das? Uh oh. Oh, nicht diese Leute wieder. Oh. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, das ist gut. Ich weiß. Okay. Das sind die Leute da oben da. Du magst sie? Well, ich mag sie nicht. Es ist die Zeit, die zu verhören. Sure. Ja? So folgt mir! Die werden jetzt eh schneller sein als der dumme Dino. Nicht nur das, ich glaube ich kann einfach von außen laufen bis jemand da. Oh! Okay! On! Chocolates! 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 Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! So! Okay guys, let me have the first pop, and then all ya! Hallo? Und jetzt? Ich weiß nicht genau. Cindy? Musst du die da hinter locken? Auf jeden Fall läuft da einer auf der blöden Feste. Ja da unten läuft einer, aber... Ich hätte nicht mehr gefolgt sind. Ja klasse! Ja! Ich hab's getrost! Das ist noch nicht scheiße! Okay! Egal! Gut! Das machen wir das nächste Mal! Das machen wir das nächste Mal! Also dann! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.